Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Shopping-Tour für den FC Bayern München. Die Bundesliga-Saison geht ja in gut zwei Wochen wieder los und bei den Bayern gibt es ja in Sachen Kaderplanung noch ein bisschen was zu tun. Denn der Kader muss und wird noch verändert. Wir sprechen heute über die möglichen Abgänge, welche Spieler will man noch verkaufen und erst recht, was muss noch hinzugeholt werden, welche Neuzugänge sind realistisch. Ansonsten blicken wir auch da nochmal auf die fertige Startelf. All das und mehr bei der Shopping-Tour für Bayern. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf die möglichen Abgänge und dort ist und bleibt ja das Torwart-Thema beim FC Bayern kompliziert. Sicher ist, dass man Manuel Neuer und Sven Ulreich für die kommende Saison plant. Sicher ist aber nicht, in welcher Verfassung sich Neuer befindet und wann er überhaupt wieder das Fitness-Level hat, die Nummer 1 im Kasten zu sein und sich dann überhaupt mal sportlich zeigen zu können. Auch deswegen ist er ja im Sommer immer noch da, obwohl er den FCB verlassen möchte. Hinter Mailand wird er den Schweizer unbedingt haben. Für Sommer selber ein sicherlich attraktiver Wechsel und auch für die Bayern kann sich ein Abgang zumindest mal finanziell lohnen. Zwar braucht man dann einen neuen Torhüter, hätte aber auch die Chance sich für die Zukunft schon besser aufzustellen zwischen den Pfosten und könnte somit hier auf jeden Fall einen ganz guten Deal vollziehen. Sommer selber wartet aber auf jeden Fall geduldig auf seinen Wechsel. Für mich ein super Typ und ein fairer Sportsmann, aber natürlich trotzdem und dabei bleibt es ein wahrscheinlicher Abgang. Ein wahrscheinlicher Abgang in diesem Sommer ist auch Benjamin Pavard, auch wenn es bei den Franzosen jetzt nicht so richtig weitergeht. Trotzdem ist aber eine Sache klar, Vertragsverlängerung oder Verkauf in diesem Transferfenster, denn ablösefrei will man den 27-Jährigen nicht abgeben. Zwar setzte Tuchel in den vergangenen Spieltagen auf den Nationalspieler, weil dieser aber anscheinend nicht verlängern will, ist auch vollkommen logisch, diesen dann auch verkaufen zu wollen. Interesse gibt es von Manchester City, Real Madrid oder auch dem FC Barcelona. Also reichlich Topklubs sind dran, aber und auch das ist halt das Problem, wodurch es nicht so richtig vorangeht. Konkret ist hier aktuell nichts. Das kann sich aber innerhalb der nächsten Wochen natürlich noch verändern. Und dann gibt es noch ein Streitthema bei den Bayern. Das zentrale Mittelfeld, besser gesagt die Sechserposition. Da ich dort auf jeden Fall nachbessern würde, wir wirken auch gleich nochmal auf einen kompletten neuen Kandidaten, ist für mich aber wiederum auch klar, dass dann eben da auch noch einer gehen muss. Und meine Wahl fällt dann auf Leon Goretzka. Joshua Kimmich ist gesetzt, auch wenn an ihm die Kritik ebenfalls gestiegen ist. Konrad Leimer ist erst neu da und Raphael Guerreiro kann natürlich dort auch spielen. Einer aus Goretzka und Rhein-Grafenberg muss aber dann Platz machen. Und für mich ist es dann Goretzka, zumindest wenn man eben dann einfach gesagt die Wahl hätte. Denn für mich ist Goretzka in seiner Entwicklung stagniert. Mir fehlt einfach schon länger dieser endgültige Schritt zu einem Top-Mittelfeldspieler. Zudem sehe ich bei Grafenberg einfach mehr Potenzial und glaube, dass er unter Tuchel echt nochmal einige Schritte machen kann. Klar, Goretzka, der bleiben will, muss dann erstmal verkauft werden. Aber wenn man hier die Wahl hätte, würde ich den deutschen Nationalspieler tatsächlich verkaufen. Kommen wir nun zu den möglichen Neuzugängen. Und dort gibt es ja mehrere Baustellen. Die erste ist im Tor, wo mein Favorit Georgi Mamadashvili ist und bleibt. Sommer würde ich ja wie angerissen abgeben. Und bei Neuer bin ich echt unschlüssig, in welcher Form er wann überhaupt wieder fit ist. Und deswegen bringt Mamadashvili alles mit, was Bayern hier braucht. Aktuell ist die Spur zwar nicht ganz so heiß. Gut, die Bild-Zeitung schreibt Raja, Mamadashvili wären die Favoriten. Andere Quellen sagen, es ist nicht mehr ganz so heiß. Aber das kann sich ja auf jeden Fall auch wieder ändern. Der Georgi hat nämlich das Potenzial, Neuer mittelfristig zu beerben. Und jetzt auf Anhieb ist er schon ein sehr guter Ersatzmann. Nicht umsonst gilt der 22-Jährige als das größte Torwart-Talent, was wir aktuell so sehen können. In der letzten Saison beim FC Valencia hat sich Mamadashvili wirklich top entwickelt. Er ist 1,97 Meter groß, top auf der Linie, hat eine super Straffraumbeherrschung, auch starke Reflexe und ist auch mit dem Ball am Fuß super. Also hat einfach das Komplettpaket als Torhüter. Und klar, Mamadashvili stand jetzt nicht irgendwie aus Deutschland. Sprich Torhüter, deutsche Sprache ist ja dann auch immer wieder so ein Thema. Aber sicherlich auch dort könnte man was machen. Denn die Bayern haben jetzt auch nicht zwingend deutsche Abwehrspieler davor, dass man jetzt zwingend direkt Deutsch sprechen muss. Und deswegen wäre es mir auf jeden Fall wert, hier zuzuschlagen. Und kolportiert wurden die letzten Tage sogar eine Ablöse von ca. 25 Millionen Euro. Und da sollten Hoeneß und Co. auf jeden Fall zuschlagen. Zuschlagen will der Rekordmeister ja auch noch in der Premier League. Kyle Walker soll er für die Position des Rechtsverteidigers als möglicher Ersatz für Pavard kommen. Klar, das ist von mir für euch jetzt kein neuer Name. Meiner Meinung nach wäre es aber auch nicht sinnvoll, hier nochmal einen komplett neuen Kandidaten zu nennen. Denn dafür ist die Walker-Geschichte auch einfach schon zu konkret. Der Engländer will nach München, Tuchel will ihn. Was noch fehlt, ist die Einigung mit Manchester City. Sollten die aber beispielsweise bei Pavard ernst machen und damit die Position direkt wieder besetzt haben, dann kann auch bei Walker sehr schnell Tempo reinkommen. Ein erfahrener Spieler, der Bayern natürlich auch dann direkt weiterhelfen kann. Und die Komponente erfahrener Spieler, der Bayern direkt weiterhilft, trifft auch auf Jorginho zu. Und er ist mein Vorschlag für die 6er-Position. Und genau auf der 6er-Position haben wir ja eine Transfersuche, die ähnlich wie im Tor kompliziert ist. Denn zum einen hängt es erstmal von Abgängen ab und man könnte dann eben sowohl erfahrene Sofortlösungen, Top-Talente, die noch Zeit brauchen oder ein Zwischending aus beiden an die Säbener Straße holen. Für jede Kategorie gibt es mögliche Neuzugänge. Klar, ein Schuameni von Real Madrid wäre natürlich ein Top-Mann. Glaube ich aber nicht dran, dass man dort am Ende zuschlagen kann. Und so wirklich konkret ist es aber aktuell nirgends. Deswegen wollte ich mit Jorginho nochmal einen nennen, der bislang kaum, zumindest mal in den Medien gehandelt wurde. Bei Fankreisen kann ich mir schon vorstellen, dass auch dort der Name mal gefallen ist. Denn der 31-Jährige ist natürlich ein Kandidat der ersten Kategorie. Erfahren und Soforthilfe. 2021 war sicherlich das Jahr des Italieners und auch dort, wo man ihn am besten in Erinnerung behalten hat. Denn da wurde er zum einen Europameister und auch noch Champions-League-Sieger. Den Henkelpott hatte der gebürtige Brasilianer als zentraler Mann auf der Doppel-Sechs geholt. Und das unter Thomas Tuchel. Wenn also einer weiß, wie Jorginho funktioniert, dann Tuchel selber. Und weil sich der Coach ja auch ein Sechser am besten aus der Premier League wünscht, der tiefstehen seine Defensivarbeit erledigt, kann ich mir Jorginho dann schon sehr gut vorstellen. Denn er ist top in den Zweikämpfen, hält eben auch seine Linie, seine Position, spielt von hinten heraus super Pässe, egal ob kurz oder lang. Und ist immer wieder auch aggressiv gegen den Ball und gegen den Gegner. Vor allem seine Ruhe am Ball erinnert er teilweise mal an Xabi Alonso und das ist dann schon echt ein Gesamtpaket, was wirklich passt. Und auch wenn Jorginho in den vergangenen zwei, drei Jahren auch immer mal wieder Tore erzielte, weil er mit in die Box vorne gegangen ist, ist er wirklich ein Sechser. Einer, der sich dort am wohlsten fühlt und den eben auch dann neben Joshua Kimmich schon sehr gut gebrauchen kannst. Da sein Vertrag beim FC Arsenal nur noch ein Jahr läuft und er im Winter ja nur 11 Millionen Euro gekostet hat, denke ich, kann Bayern hier auch relativ günstig zuschlagen. Ich glaube schon, wir reden über eine Ablöse, die unterhalb des Marktwerts liegt und hier damit auch, wie ich finde, vieles richtig machen. Man kann über diese Positionen sehr viel diskutieren. Ich bleibe der Meinung, da muss Bayern nachlegen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Jorginho ist für mich auf jeden Fall eine, wo ich spontan sagen würde, ja, das kann passen. Und auch im Sturmzentrum habe ich mit Harry Kane, ähnlich wie mit Walker, einen Namen mitgebracht, der nicht neu ist, von allen Seiten diskutiert wurde und trotzdem natürlich die wahrscheinlichste Variante ist. Kane ist 30 Jahre alt, ein kompletter Stürmer, mega im Abschluss, hat 30 Tore in der abgelaufenen Saison erzielt. Kane will zu Bayern, ist Führungsspieler bei Tottenham und der englischen Nationalmannschaft und kann Bayerns Offensive auf ein neues Level heben. Probleme gibt es noch bei der Ablösesumme, wo es aber auch fast täglich irgendwelche Updates gibt. Ich denke, und deswegen können wir es hier auch kurz machen, dass man sich am Ende bei rund 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen einigen wird. Und damit hätten wir natürlich hier auch in meinem Falle einige Transfers getätigt. Ich glaube aber auch, dass das finanziell noch vollkommen im Rahmen liegt, weil ich ja auch in meinem Falle Sommer, Pavard, Goretzka verkaufen würde. Zudem hätten wir dann auch nochmal mit Tilman, Wanner, Widovic auch nochmal Leute, die ein bisschen Gehaltsbudget freimachen können. Und so würde dann mal die potenzielle Startelf aussehen. Im Tor könnte ich mir sogar dann vorstellen, dass ein Mama Darschvili seine Chance nutzt, wenn er zu Beginn an ran darf, Neuer sogar direkt komplett zu verdrängen. Und ich glaube, das wäre für die Bayern auch gar nicht mal so verkehrt. Dahinter hätten was für Ulreich als sehr gute und sehr erfahrene Nummer 3. In der Abwehrreihe würde sich natürlich schon sehr viel verändern. Wir haben Kyle Walker dann für die rechte Seite in Konkurrenz zu Nusair Masraoui und damit wäre man auf rechts sicherlich schon richtig gut aufgestellt. Auf der linken Seite Alphonso Davies plus Neuzugang Raphael Guerreiro macht auch auf mich einen super Eindruck. Innenverteidigung Matthijs De Ligt natürlich gesetzt und wir haben natürlich Minja Kim als Neuzugang. Ein super Transfer, der Bayern direkt weiterhelfen kann. Und damit hat man natürlich hier auch noch Upamecano als Nummer 3 dahinter. Ich finde, da ist man in der Spitze auf jeden Fall schon sehr gut aufgestellt. In der Kaderbreite kann natürlich auch ein Walker im Notfall mal nach innen ziehen. Auch ein Stanisic kann defensiv alles spielen. Ich denke mal, so kann man dann auf jeden Fall in die Saison gehen. Klar, ein Saar wäre ja dann bei mir auch noch da, wäre logischerweise aber auch noch ein möglicher Abgangskandidat. Ich habe jetzt ganz bewusst Sommer, Goretzka und eben da noch Pavard genannt, weil das so die möglichen Top-Abgänge sind, wenn man das so sagen möchte. Wie dann natürlich andere wie Tilman, Wanner, Widovic. Das sind halt Spieler, die logischerweise gehen dürften. So, dann haben wir auf jeden Fall die Abwehrreihe schon mal erledigt. Und dann hätten wir eben im Zentralmittelfeld Jorginho neben Kimmich. Und ich persönlich kann mir diese Doppel-Sech schon wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Wenn aber eben auch ganz klar geregelt ist, wer welche Aufgabengebiete übernimmt. Ansonsten haben wir eben mit Leimer, mit Gravenberg, mit auch Guerreiro nochmal drei weitere Möglichkeiten. Und das wäre sicherlich eine gute Variante, um im Zentralmittelfeld gut genug aufgestellt zu sein. Offensivbereich wäre man natürlich auch weiterhin sehr flexibel. Klar, ohne Neuzugang jetzt auf den Flügeln oder im Mittelfeldzentrum braucht man, wie ich finde, aber auch nicht, selbst nach dem Abgang von Mané. Denn Coman, Sané und Gnabry duellieren sich um die beiden Plätze auf den Flügeln. Aktuell würde ich dort Coman und Gnabry einen Ticken vor Sané sehen. Ansonsten auch ein Mathustel, der ja bleiben will, könnte da dann auch vermehrt zum Einsatz kommen. Zentrum geht sicherlich an Musiala. Müller erstmal auf der Bank. Wenn Müller spielt, ist Musiala aber natürlich auch eine Option für die linke Seite. Oder vielleicht auch mal, wenn man es offensiv machen möchte, für die Achterposition. Sturmzentrum wäre dann natürlich neu mit Harry Kane. Dahinter Choupo Moutinho als erfahrenen, plus eben Mathustel als jungen Herausforderer. Und damit können wir auf jeden Fall dann auch ein Fazit ziehen unter diese Shopping-Tour. Ich finde es erstmal gut, dass Thomas Tuchel von Anfang an klar formuliert hat, welche Schwachstellen Bayerns Kader hat und welche Spielertypen er eben auch dann für sein System benötigt. Für mich ist nämlich auch ein großer Vorteil, dass der FCB einen solchen Trainer mit diesem klaren Plan hat. Jetzt müssten aber auch mal seine Ideen wirklich umgesetzt werden. Kim ist ein Top-Transfer. Leimer und Guerreiro machen Sinn, weil ablösefrei Bundesliga erfahren. Vor allem im Sturmzentrum und auch auf der 6 braucht es aber Verstärkung. Rechts hinten und im Tor will man logischerweise natürlich auch noch was machen. Wir sehen, selbst gute 200 Wochen vor Saisonstart, 3 Wochen vor Saisonstart, wie man sagen möchte, gibt es bei Bayern noch einiges zu tun. Das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Transferfenster bleiben. Und jetzt seid natürlich auch noch ihr gefragt. Was denkt ihr, welcher meiner Vorschläge ist am besten für die Bayern und welche Transfers würdet ihr beim deutschen Rekordmeister tätigen? Ansonsten könnt ihr auch mal gerne weitere Teams für dieses Format Shopping-Tour vorschlagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.